Okay, hello Leute. Ich bin hier wieder da mit einem neuen Vlog und wir sind in Italien am Strand. Mit Pizza und ich habe so eine Piadina. Die Lilly und Jake sind jetzt gerade rüber zum Haus gegangen, den anderen helfen, weil die waren gerade einkaufen. Genau, die tragen schön den Einkauf raus und wir sind abends ja noch bleiben da und essen Pizza. Genau und sonnen uns dabei. Ja, Leben ist super, Leute. Ich mache euch einfach wie immer random Updates und ja, see you later. Okay, hi Leute. Wir kommen jetzt wieder mit einem Update. Wir waren jetzt basically den ganzen Tag am Strand. Ich habe dicken Sonnenbrand kassiert. Ich nicht. Aber die Lila hat auch keine Sonnencreme benutzt, sondern eigentlich nur das Sonnenöl, was halt keinen Lichtschutzmarkt macht. Aber morgen ist braun, gell? It looks like chocolate. Nein, das Ding ist, okay, ich muss eh zugeben, ich habe echt mehr Sonnenöl draufgegeben als Sonnencreme. Aber ich habe schon auch Sonnencreme draufgetan, aber halt die Ratio war halt nicht so richtig. Ich zeige euch dann, nachdem ich duschen war, wie schlimm der Sonnenband ist. Und dann kriegt sie immer alle Bärer, weil dann ist es morgen weg. Genau. Aber ja, sonst alles super bei uns. Ich glaube, ich mache euch generell später einfach noch eine Roomtour, dann könnt ihr alles sehen. Wir haben so Kisten mit so Lemon Soda und so Zeug. So nice. Freue mich. Ich bin richtig ready. Wir gehen jetzt dann duschen und dann bin ich richtig ready. Na gut, wir hören uns später. Wir haben gerade gegessen und die Caro will unbedingt am Block oben sein, deswegen können wir das nicht so sagen. Wir sind jetzt auch am Block oben. Die waren vorhin einkaufen, wir haben die am Strand waren und dann haben sie für uns Essen gekauft, die Süßen. Ah ja, und ich muss euch noch mein Dings zeigen, mein Sonnenbrot. Soll ich dich filmen? Ja. Ich halte die Kamera. Es wird schlimm. Also, das sind meine Beine. Das sind die Beine. Und das ist... Warte. Das ist jetzt schwierig. Mein Dekolleté. Das schaut gar nicht so schlimm aus, glaube ich. Ja, ich glaube auf der Kamera... Meine Arme, glaube ich, eh relativ normal. Aber die Beine sind so am schlimmsten. Ja, die Beine. Nein, mein Bein neben deinem Arm. Ja, so. Ja, sie wurde ein bisschen rot, aber es ist okay. Mein Rot wird braun. Ich bin schwarze. Schwarze. Okay, Leute. Wir haben eine schwarze Katze gefunden. Wird das Glück oder Unglück? Seid ihr? Wirklich, schreibt sie in die Kommentare. Wir gehen jetzt einfach mal zu der hin. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann die Kamera nicht umdrehen. Ich mach gleich noch ein. Ich muss mich noch weg und wenn wir nicht... Okay, hold on. Komm her. Komm her. Mieter. Okay, ich glaube, sie mag uns nicht. Scheiße. Scheiße. Anyways, wir enjoyen trotzdem die schöne View. Das ist die View, by the way. Das ist die View. Warte. Schon schön, oder? Urschön. Urschön. Ich mach euch gleich so Panorama. Dann könnt ihr alles sehen. Ich hab immer nur Busch. Okay, hi, Leute. Ich bin wieder mit einem Update hier. Wir sind gerade am Strand. Es ist richtig schön. Die Sonne geht unter. Wir haben gerade Flank gespielt. Jake und ich haben sehr, sehr knapp verloren. Aber es war wirklich Kopf an Kopf. Elena und ich waren so echt struggling. Nein, wirklich fett am Struggling. Das war krank. Aber Jake und ich haben uns echt schon richtig gut gemacht. Ja, ja. Sie waren sofort fertig. Ich glaube, ich habe die Helm ausgespuckt. Nein, aber nicht. Ich habe die Helm ausgespuckt. Auf jeden Fall, Elena und Sam gewannen. Richtig stolz. For real. Sie können echt stolz sein. Ja, nee. Und wir Ching ist hier auf jeden Fall am Strand. Und die anderen sind im Haus und machen Essen. Ja, sie bringen das Essen her. Ja, das ist alles. Ja, urgeil. Ja, und wahrscheinlich spielen wir vielleicht eh später nochmal eine Runde Flanky. Vielleicht haben Sie da einen zu filmieren. Ja, voll. Vielleicht filme ich die zweite Runde. Wir fangen an mit... Also was geht mir da mal zuerst an? Ich weiß nicht. Ich bin auf dem Kopf. Ich bin auf dem Kopf. Nein, nein. Nein, nein. Ich bin auf dem Kopf. Das ist so cool! Oh ja, so. Jetzt zwar ein Video, ob man kann screenshotten. Prüft Ja? So weiß es auch, Brille Komm, komm, komm Komm, komm, komm Komm, komm, komm Komm, komm, komm Komm, komm 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 Komm